1, 2, 3, 4 Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media Bla, 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 bla Ja, so habe ich auch noch nie eine Podcast-Folge gestartet, aber skippen wir das Ganze, denn Thema heute, let's skip the blah Es geht um ein, ja ich sag jetzt mal salopp, ein kleines TikTok-Phänomen Ich habe vor ein paar Monaten let's skip the blah gefunden und da gab es so eine kleine TikTok-Serie über einen ITler, den Herrn Dr. Bauer, der IT-Probleme löst, die ich echt auch kannte und einige davon selbst erlebt und auch gemacht habe, egal, ist ein anderes Thema und später kam mir dann der Gedanke, ich gucke mal ins Profil und da kam die AS Dialog Group zum Vorschein, die den Kanal let's skip the blah aufgemacht haben und die diese kleine, feine Serie gemacht haben. Wie das Ganze entstanden ist, wie überhaupt die Idee dazu kam etc., darüber rede ich heute mit den Protagonisten und dem Hauptdarsteller Jan Kleinbauer und Kayvan Aje von der AS Dialog Group, die es heute zu mir ins virtuelle Studio geschafft haben. Jan, Kay, grüßt euch, schön, dass ihr da seid und mit mir eine Podcast-Folge gestaltet, stellt euch gern einmal vor. Jan. Wie magst du anfangen? Oh, wie unangenehm. Okay. Ich bin Kayvan, ich bin Online-Marketing-Manager bei der AS Dialog Group und sozusagen der kreative Kopf oder Regisseur des let's skip the blah Accounts. Ja, und ich bin seit drei Jahren dabei bei der AS Dialog Group und mehr will ich jetzt auch an der Stelle gar nicht sagen. Später mehr dazu. Jan, Dr. Bauer. Ja, also ich bin Jan Kleinbauer. Nein, ich heiße nicht Dr. Bauer. Mein Name ist Jan Kleinbauer. Ich bin der IT-Leiter bei der A&S Dialog Group. Bin dort seit fast zehn Jahren unterwegs und kümmere mich um so ziemlich alles, was einen Stecker hat. Gut zusammengefasst. Das ist mal echt eine geile Zusammenfassung. Ich kümmere mich um alles, was einen Stecker hat. Das ist auch nicht schlecht, ne? Geil. Jetzt habt ihr ja, ich habe da eben noch mal kurz nachgeguckt, bevor wir in die Aufzeichnung gegangen sind. Ich glaube, Ende letzten Jahres, Ende 22, habt ihr das erste Video hochgeladen, wenn ich das richtig gesehen habe im Datum. Richtig. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Wann fing das Ganze denn bei euch an? Also angefangen hat es alles schon ein bisschen früher. Wir haben den Let's Skip the Blah Kanal so im Herbst 2022 eröffnet. Alles im Zuge unseres Rebrandings, also auch mit dem Let's Skip the Blah-Slogan, den wir sozusagen für uns angenommen haben. Einfach der Hintergrund, wir sind eine Dialog-Marketing-Agentur und im Dialog-Marketing gibt es viel Blabla. Also mehr Umsatz, mehr Ertrag und alles sehr ein bisschen steif und wir dachten, ja komm, wir lockern das ein bisschen auf. Und deswegen Let's Skip the Blah. Passt auch lustig zu Dialog-Marketing fanden wir. Und war auch ein cooler Name für einen TikTok-Account. Und deswegen dachten wir uns, komm, wir nennen den TikTok-Account jetzt nicht Ahnest Dialog Group, sondern Let's Skip the Blah. Einfach damit wir auch ein bisschen mehr Freiheiten haben und damit eine eigene Brand aufmachen können, sozusagen. Und letztendlich haben wir erstmal begonnen mit ganz üblichen TikTok-Videos, also wie man sie kennt. Das waren Lip-Sync-Videos, Trend-Videos, 10 bis 15 Sekunden, so wie es das Lehrbuch einem sagt. Hatten eigentlich keinen Erfolg. Also wir hatten halt Follower im dreistelligen Bereich, waren schon komplett aus dem Häuschen, wenn man ein Video 10.000 Views hatte oder mehr. War alles so Standardkost, nichts Besonderes. Bis wir dann halt einmal dann dachten, hey komm, wir müssen irgendwas anderes machen. Und ich war halt auch schon ziemlich demotiviert, weil meine Videos, die ich gedreht habe, immer die wenigsten Aufrufe hatten tatsächlich und ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und dachte dann so, ja, hey, wir müssen irgendwas anderes machen, lass doch mal Jan mit dazunehmen. Gerade weil auch eine IT-Stelle vakant war, dachten wir uns, ein Video mit einem ITler könnte ganz gut, könnte uns was bringen vielleicht. Und Jan ist auch ein cooler Tipp. Vielleicht hat er Bock. Dann haben wir mit ins Boot genommen. Und ja, Jan, du kannst gerne die Story weitererzählen. Ja, auf einmal stand... War das so? Ja, es war wirklich so. Dass wir gezwungen haben, dich auf TikTok zu zeigen. Hattest du da Bock drauf? Ja, es war tatsächlich... Gezwungen kann man jetzt nicht sagen, aber ja. Kevan stand einfach bei mir im Büro, hat gemeint, hey, hast du Bock, einfach in einem Video aufzutauchen? Und drückt mir da ein Skript in die Hand, dass er am Wochenende irgendwie zusammengeklöppelt hatte, dass... Ich habe mich beim Durchlesen schon totgelacht. Also... Und habe mir... Ja, okay, das... Das müssen wir jetzt irgendwie durchziehen. Ich konnte es mir von seinem Aufschrieb wirklich vorstellen, wie das Video schlussendlich aussehen wird. Aber es ist halt 0,0 das, was man normalerweise auf TikTok zu sehen bekommt. Eben. Eben. Es war 0,0 das. Du hast Lip Sync gehabt. Du hast irgendwie Mehrwert. Du hast irgendwie ganz komische Dinge. Da kommt ja immer in meiner Bubble zum Beispiel immer irgendwas mit Marketing und Online-Marketing. Und jetzt ganz neu kommt ja dann immer, mach mit mir 10.000 Euro in zwei Wochen. Ich zeige dir, wie das geht mit Affiliate-Marketing. Klaro. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Genau. Komm in die Telegram-Gruppe. Telegram-Gruppe. Ja, ja. Drei Feuerdinger. Heißes Eisen. Nochmal so drei Feuerdinger. Ja, ja, genau. Das sind die Telegram-Gruppen. Und als ich euer Video gesehen habe, ich wusste ja erst mal wirklich nicht, dass ihr dahinter steht oder dass die AS-Dialog-Group dahinter steht. Sondern ich dachte, das ist irgendein Kanal, der einfach diese IT-Geschichten einmal aufgreift, vielleicht ein bisschen verspitzt darstellt. Nicht alle. Und das dann einfach raushaut. Es war einfach so Urlust. Ich habe mich hier bepisst vor Lachen. Ich sage echt, wie es war. Das war echt, echt geil. Und er kam zu dir, Jan. Der Kay kam zu dir und hat einfach gesagt, hier, schreibt mal was für dich. Lies mal. Du hast drüber gelesen und hast gesagt, jo. Ich muss auch dazu sagen, es war nie als Serie geplant, sondern es war halt einfach eine Video-Idee, die wir hatten. Und ja, gut. Also wir haben angefangen zu drehen. Und ich habe das schon ziemlich schnell gemerkt. Alter. Das Potenzial. Der ballert hier die Lines raus. Hier. Also mit so einer Trockenheit, dass man husten muss. Und leider weniger, dass selbst der Scanner husten muss. Und ja, also wir haben das Video hochgeladen und man hat halt auch ziemlich schnell in den ersten Minuten gesehen, dass es sich komplett anders verhält. Also die Views sind halt im Sekundentakt eigentlich auf die Zehntausender-Höhe gestiegen. Und ja, da dachten wir so, okay, die Tür steht jetzt offen. Wir haben da irgendwas richtig gemacht. Und das, obwohl es eigentlich so überhaupt nicht nach einem TikTok-Lehrbuch ist. Also man muss sagen, es gibt ja viele Sketches und Comedians auf TikTok, die auch echt geile Sachen machen. Wo wir uns dann nochmal vielleicht ein bisschen unterscheiden, ist halt, dass wir das nicht mit One-Person-Shots machen. Also so dieses Eigendialog-Ding von den Comedians wie Fabi Rommel zum Beispiel und so weiter. Sondern wir sind halt mehrere Leute. Und die Videos gehen halt auch deutlich länger. Die gehen ein bisschen länger, ja, ja. Ja. Aber da muss ich auch einer Kollegin danken, die Sue, die mich nämlich dann nochmal davor, also bevor wir dieses Video gedreht haben, einmal nochmal motiviert hat und gesagt hat, dass sich irgendwas am TikTok-Algorithmus geändert hat. Nämlich, dass anscheinend jetzt auch längere Videos gepusht werden sollen. Und diese Trittbrett-Videos, also diese Trendaufnahmen und so weiter, ein bisschen runter skaliert werden. Ja, eine ganze Erinnerung. Ja. Weil das ist einfach mehr mein Ding. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so mit diesen ganzen kurzen Videos, weiß ich, es ist nicht so mein Ding. Also nicht, dass sie schlecht sind, aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. Deswegen war ich halt extrem froh, dass dieses Ding halt eingeschlagen hat. Und dann hatten wir halt natürlich so den Salat, kann man so sagen, dass wir jetzt ein IT-Format ausgerechnet als das Flaggschiff uns sozusagen bereitgestellt haben. Obwohl wir halt eine Dialog-Marketing-Firma sind. Und das jetzt auch nicht, gut, wir machen auch IT. Das ist schon irgendwo auch mit drin. Aber es ist ja auch hier First-Level-Support, was wir parodieren und nichts anderes. Wie passt das zusammen? Und letztendlich haben wir dann viel diskutiert und überlegt und dachten uns, eigentlich ist es doch komplett egal. Also unser Motto war sowieso immer, wir wollen eben nicht diese Eigenwerbung machen über TikTok. Wir wollen nicht diese, wie du auch schon angesprochen hast, diese typischen Marketing-Botschaften raushauen. Weil letztendlich die Viralität den Ton vorgibt auf TikTok. Das heißt, man kann Viralität nicht planen. Das passiert und das passiert so, wie man es sich erwartet. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir machen einfach das, worauf wir am meisten Bock haben, was wir am besten können und holen da komplett alles raus. Und ich glaube, dass wir halt als Dialog-Marketing-Agentur oder allgemein als Unternehmen halt eben komplett auf diese Eigenwerbung, dass es uns egal ist, macht diese Videos halt nochmal sympathischer und authentischer. Zumindest ist das das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Aber jetzt bist du ja zum Jan. Und Jan hat sich schon schiefgelacht und hat gesagt, ist geil, darauf machen wir was. Wie habt ihr denn die anderen Leute da mitgekriegt? Also ich meine, das macht ja mittlerweile, wenn ich das, also verstehe mich nicht falsch, aber das macht ja die halbe Firma, macht ja mit. Also das muss, da muss, da muss man glaube ich einfach sagen, ich glaube, wir haben einfach auch eine ganz besondere Teamstruktur innerhalb der A&S, die uns das überhaupt erst ermöglicht. Also wir mögen uns alle, wir haben alle, wir sind alle so ein bisschen, ich will nicht sagen. Es gibt viele Charaktere in der Firma, sagen wir es so. Also ihr habt ein starkes Wir-Gefühl, ne? Also das sieht man da ja schon. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, was da halt drauf haben. Und was halt dazu spricht, glaube ich, ist, also gerade was so diesen Humor der Videos angeht, also wir sind halt nicht diese typischen TikTok-Social-Media-Teams. Also auch, also natürlich, wir haben diesen Account gestartet mit dem üblichen Social-Media-Team, mit coolen Leuten, unter anderem mir, mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Aber wir haben dieses Team eben erweitert mit Leuten, die absolut gar nichts mit Social-Media zu tun haben. Oder mit TikTok und so weiter, wie zum Beispiel Jan, wie Herr Schmidt, wie noch unsere Chefs und so weiter. Und diese Konstellation, dass man eben diese anderen Charaktere da mit rein drängt sozusagen, macht, glaube ich, nochmal diese Schrulligkeit ein bisschen aus, die diese Videos haben. Aber es hat allen Beteiligten, wenn ich so jetzt diese zehn Videos gerade nochmal im Kopf Revue passieren lasse, es hat allen Beteiligten extrem viel Spaß gemacht, oder? Der Herr Schmidt, wie er in dem einem Video mit dem Kuli durch die Gegend rennt. Es wäre anders auch überhaupt gar nicht möglich, diese Videos zu machen, wenn es den Beteiligten nicht Spaß machen würde. Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt unser Hauptgeschäft wäre, sondern das sind Sachen, die wir nebenher, neben unserem normalen täglichen Business machen müssen. Und da gehört dann natürlich schon ein gewisses Maß an Engagement dazu, sich da Freiräume zu schaffen oder auch länger zu bleiben, um einfach dieses Video zu drehen. Ja, auf jeden Fall. Also Spaß haben alle. Und es ist ja nicht nur das Drehen. Wer übernimmt denn den Schnitt? Kay, du? Ja. Wie lange? Wie lange sitzt du an so einem Video mit Musik, mit Schnitt, mit... Hast du nicht gesehen? Also am Anfang war es relativ einfach. Also die ersten Parts, die habe ich innerhalb von einer... Also unter einer Stunde auf jeden Fall zusammengeklimpert. Unter anderem, also ich mache das tatsächlich nicht mit Premiere oder sowas, sondern mit CapCut. Kann ich dafür immer ein bisschen Werbung machen, unbezahlt. Ey, das ist schon geil. Ich habe es auch hier auf dem Rechner. Das Ding ist ja mega. Und vor allem ist es auf... Ich finde es mobil sogar noch besser als auf dem Rechner. Das hätte ich niemals gedacht. Habe ich noch nicht benutzt. Dass die Usability von einem Schnittprogramm auf einem Handy so nice ist. Also es ist wirklich unglaublich. Du kannst damit alles machen. Alles, was du brauchst zumindest. Und die ersten Parts, die habe ich, wie gesagt, unter einer Stunde durchbekommen. Dann so ab Part 5, 6 wurde es komplizierter. Dann wurden da halt richtige Filme draus. Das hat dann schon länger gebraucht. Diesen ganzen Feinschliff und so weiter. Was aber auch wichtig ist, weil letztendlich kannst du aus dem Schnitt einfach das meiste aus dem Pointen rausholen. Gerade so, wann ist die Szene zu Ende? Wie schnell schneide ich den Dialog und so weiter? Ist schon zeitaufwendig. Also, ich weiß nicht, wir können es ja mal durchgehen. Wie lange brauchen wir für einen Videodreh? Am Anfang, also den ersten Part, den haben wir in einer Stunde abgedreht. Oder noch weniger. Dann wurde es deutlich komplizierter. Also, ich würde jetzt mal grob schätzen, dass wir für manche der Videos reine Dreharbeit schon so 5, 6 Stunden investieren mussten. Ja, das Ding ist, also man merkt es halt auch an unserer Schlagzeile an Videos, die halt absolut nicht so hoch ist wie auf anderen Accounts. Also, das schaffen wir einfach nicht. Also, bei uns ist der Tonus ein Video alle zwei Wochen maximal. Also, es waren jetzt auch längere Pausen dazwischen. Fanden wir dann aber letztendlich, also wir freuten uns damit an und geben dann halt für jedes Video alles. Und auch wenn es dann halt einmal alle drei Wochen ist oder so, ihr konnten die Fans oder Follower auf jeden Fall dazu ... Ihr konntet sie behalten, sagen wir mal so. Also, ich habe es ja gesehen, als ich da gerade nochmal, ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, als ich das durchgerechnet habe, was die zehn Videos, die ihr jetzt gemacht habt, gebracht haben. Also, ihr habt die Fans, ihr habt die Follower, ihr habt sie behalten. Und das über diesen Zeitraum hinweg. Ihr habt das erste Video zwischen den Jahren, 22, 23 hochgeladen und jetzt haben wir Ende April, also Aufzeichnungstermin für liebe Hörerinnen und Hörer, die es gerade hören. Wir nehmen hier jetzt auf am 25. April. Ihr habt vor kurzem erst das Staffelfinale hochgeladen. Da ist ja schon eine Zeitspanne von vier Monaten dazwischen. Ja, aber über diesen Zeitraum mit der Anzahl der Videos, die Follower zu halten, das zeugt ja auch davon, dass das, was ihr tut, richtig ist. Also, extrem richtig und auch extrem lustig. Ja, es ist halt paradox irgendwo. Also, es ist, wie gesagt, es ist halt absolut nicht versehen mit Marketingbotschaften. Eher im Gegenteil. Wenn man zynisch ist, könnte man sagen, wir stellen uns alle als komplette Volltrottel dar. Warum sollte irgendjemand mit uns zusammenarbeiten, wenn wir keine Rechner bedienen können? Aber es ist halt so überspitzt, dass dieses Feedback, was wir vielleicht so ein bisschen befürchtet haben am Anfang, halt überhaupt gar nicht eingetreten ist. Also, wir hatten wirklich, ich glaube, jetzt unter allen zehn Videos keinen einzigen wirklichen Hate-Kommentar, der gesagt hat, Alter, was für eine dumme Firma. Ihr habt nur positive Sachen eigentlich. Ja, wirklich nur positive Sachen. Ich habe mal drüber gescrollt, ne? Also, das ist echt cool und es zeugt halt nochmal davon, glaube ich, auch, wie man TikTok benutzen sollte und wie es viele nicht tun, aber andere schon. Also, TikTok ist so die Narrenkarte, sage ich immer, die Joker-Karte unter den Marketingkanälen. Also, letztendlich hat Brand und direkte Werbung und so, hat da jetzt nicht so viel zu suchen, meiner Meinung nach. Es sei denn, du bist ein Influencer mit einer Million Reichweite und die finde ich als Person einfach geil. Dann kannst du damit über direkte Werbung richtig viel Geld verdienen, natürlich. Aber zumindest immer, wenn man so sieht, diese typischen, hier, Infos in einer Minute, ich erkläre dir das in drei Minuten oder hier, warum solltest du mit der Arnes Dialog Group zusammenarbeiten? Diese Videos, die sind gut gedacht, aber die kriegen halt einfach keine Reichweite und deswegen bringen sie auch nichts im Endeffekt. Und wir haben halt gesagt, okay, wir haben uns komplett da verkauft, sozusagen. Wir haben halt gesagt, wir gehen jetzt komplett auf Viralität. Wir versuchen, diese Viralität komplett zu reproduzieren. Was uns da natürlich auch gelungen ist und nutzen diese Reichweite für sozusagen so trojanisches Pferd-Marketing. Kam denn da jetzt schon ein Kunde mal bei rum? Ja. Ernsthaft? Ja, klar. Geil. Also, es wurden viele, also es kommt darauf an, also es ist auch nicht so, dass wir hier sagen, jeden Tag 200 neue Kunden oder so, das ist es nicht. Aber es kamen auf jeden Fall direkte neue Kundenanfragen bei rum. Viele, die auch wirklich direkt Interesse an dem hatten, was wir machen. Was letztendlich dazu geführt hat, dass wir in unserer Online-Abteilung einen komplett neuen Zweig aufgemacht haben. Nämlich jetzt erstmal bestückt mit Webinaren und Workshops, wie man eben dieses User-Generated-Content-Ding selber aufziehen kann. So nennen wir das. Und letztendlich ist es aber so ein Abstrahleffekt, den wir merken. Also, dass alles, was davor vielleicht so ein bisschen gezickt hat oder Probleme gemacht hat, so ein bisschen dadurch kaschiert wird. Also, man wird wiedererkannt. Die Leute erkennen einen in irgendwelchen Calls wieder, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Wir bekommen Kommentare von irgendwelchen großen Marken, die mit uns anbandeln wollen. Es hat halt diese Abstrahleffekte und auf der anderen Seite natürlich auch den Recruiting-Effekt, weil wir halt ganz viele Kommentare jetzt bekommen. Hey, ich will da auch arbeiten. Hey, das ist richtig cool da. Ich bewerbe mich bei euch. Wo kann ich mich bewerben? Leider hatten wir jetzt in den letzten, zumindest Anfang des Jahres noch nicht die Kapazität, hoch aufzustocken. Eventuell kommt es aber bald. Und dann haben wir da halt, glaube ich, ganz gute Vorarbeit geleistet. Weil, ja, es bedeutet jetzt, glaube ich, was anderes, sich bei der A&S zu bewerben, wenn man diese Videos kennt, als wenn man sie nicht gekannt hätte. Wie war das für euch beim ersten Meeting, wo ihr erkannt wurdet? Also bei mir war das so, das erste Meeting, wo ich dann, also stimmlich, aber dann auch, weil ich ja etwas dann auch präsenter bin auf LinkedIn, wo ich dann erkannt wurde von einem Kunden, der dann gesagt hat, ey, du bist der von Kevin allein im Marketing, wie cool ist das denn? Ich rede gerade mit dem Podcaster. Da ist mir schon so ein bisschen was im Rücken runtergelaufen und dachte so, oh, das ist schon irgendwie geil, ne? Wie war das für euch? Ja, also ich war schon, also besser als schon so ein bisschen Stolz auf jeden Fall. Denkst du, ja, cool, hat echt Reichweite, es dringt überall vor. Aber viele Leute erkennen es tatsächlich auch nicht ganz. Also teilweise, ich war ja auch zum Beispiel dann bei Kundenterminen, wo das dann irgendwie beiläufig mal getroppt wurde mit diesem TikTok. Und dann kam erst nach drei Stunden der Kommentar, ach ja, seid ihr die mit Dr. Bauer? Und so, ja. Aber so ein geiles Gefühl, oder? So ein geiles Gefühl. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, Jan behauptet, dass er noch nicht auf der Straße erkannt wurde. Ich glaube, ich glaube nicht. Doch, einmal, einmal. Echt? Wollte ich gerade sagen. Mittlerweile einmal, ja. Der Bart ist erkannt. Ja. Ja, ich meine, gut, keiner von uns macht dieses Content jetzt, weil er irgendwie berühmt werden will oder sonst irgendwas. Aber es ist schon irgendwo ein surreales Gefühl. Also ich hatte zum Beispiel mal, ich hatte einen Call mit einem IT-Systemhaus, einen Videocall und wurde dort halt auch erkannt. Und es ist, ja, also man hat es irgendwie nicht so, also ich habe es zumindest noch nicht so auf dem Radar, dass man erkannt werden könnte. Ja, also vor allem als du, du halt absolut nicht auf Social Media davor präsent warst in irgendeiner Form. Das ist auch wahr, ja. Ja, also es ist surreal, also was für Kreise das zieht. Manchmal auch erstmal ein bisschen furchtanflößend, also im positiven Sinne. Also ich darf hier zum Beispiel sagen, also unsere Videos sind unter anderem dann, wir haben eine Anfrage von der Bundeswehr bekommen, ob die die Vorführrechte von unseren Videos sich sichern dürfen für interne Offizierschulung oder so. Da dachte ich, hä, ist das jetzt Spam oder ist das ein Witz? Hä? Wir sind übrigens wirklich gelaufen. Hast du das von allen gehört? Ja, ja, habe ich gehört, ja. Also dann hat ein Freund von einer Kollegin von uns war da drin anscheinend, hat das auch nochmal bestätigt. Ja, also wir dachten erst so, dass sie uns als Negativbeispiel nehmen wollen, weil die denken, hey, wie arbeiten die denn? Aber die wollten uns als Belustigung nehmen zwischen den Folien, um die Leute wachzuhalten und so wahrscheinlich. Ja, aber das ist schon, das ist schon, das ist ja schon der Hammer. Aber da komme ich doch jetzt mal mit einer kleinen Frage um die Ecke an dich, Jan. Ja. Von den ganzen Videos, die ich da gesehen habe. Ich muss echt lachen, ich muss aufpassen, weil die echt geil sind. Was davon ist wahr und was davon ist echt erfunden und was davon ist so ein bisschen überspitzt? Also prinzipiell würde ich mal sagen, es ist von vornherein mal alles komplett überspitzt. Also wirklich von der Pike ab komplett. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der prinzipielle Fall, eine Kamera ist verdeckt und man hat deswegen kein Kamerabild. Das ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Klassiker. Ja. Aber nichts davon ist in dieser Ausbaustufe vorgekommen. Es ist, wir haben viele Kommentare unter den Videos, wo es dann heißt, ja, kenne ich, bei mir ist es genauso und ich denke mir dann immer, ach du Scheiße, ich habe nicht. Aber wir wollen sagen, ja, die erste Szene, mein Laptop springt nicht an und ich habe schon alles versucht. Haben Sie schon mal versucht, das Gerät aufzuladen? Das kam auch schon genauso vor. Das kam tatsächlich auch schon so vor, ja. Richtig. Aber zum größten Teil sind es tatsächlich erfundene Storys, die vielleicht irgendwo einen winzig kleinen wahren Kern haben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur eine überspitzte Darstellung, was vielleicht passieren könnte in einer Firma. Also es gibt immer Inspiration irgendwo. Ja, das gibt, also ich meine, mir ist ja auch schon passiert, ne, ich habe im ersten Stock im Büro, habe ich gedruckt auf dem Drucker und dachte wirklich, das ist der Drucker neben mir. Ich dachte, warum kommt denn einfach dieses Scheißpapier nicht aus dem Drucker raus? Und irgendwann wurde ich angerufen, ey, du druckst hier die ganze Zeit was? Ja, ich habe es im Erdgeschoss gedruckt. Okay. Ja, da kam das, was ich ausgedruckt habe, irgendwie 20 Mal, weil ich gedacht habe, Steuerung P, Steuerung P, Steuerung P, das gibt es ja wohl nicht. Aber das Schöne ist, dass ich nicht immer, wenn das passiert, ausrutschen muss. Ja, da hat es sich wehgetan. Der gibt es nicht zu, aber er lag nach der Szene ungefähr eine halbe Stunde auf dem Boden. Ich glaube, steißbein gebrochen oder so. Ja, genau. Aber Jan, magst du eigentlich Apple? Boah, gute Frage. Oh, pass auf, das ist vor allem eine sehr schwierige Frage. Weil, also für mich privat macht Apple einfach keinen Sinn, weil ich programmiere auf Windows, ich spiele Spiele auf Windows. Man könnte jetzt sagen, okay, nimm Linux, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber Apple macht für mich privat einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich finde auch, es ist einfach im Business-Bereich, wenn man nur Linux und Windows-Server im Serverraum stehen hat, ist eine Integration von einem Apple-Gerät immer ein Sonderfall. Es geht, aber es ist in manchen Dingen sketchy. Von daher bin ich da jetzt kein unfassbar großer Fan im Business-Bereich von dem Ding. Ich kann verstehen, wenn Leute sich privat das Ganze kaufen, weil wenn man wirklich nicht davon abweicht, ich mache ein Dokument, ich, keine Ahnung, brauche nur die Schnittsoftware von Apple oder die Audio-Software von Apple oder irgendwas in der Richtung. Ich habe nicht vor, Spiele zu spielen. Dann ist das eine valide Überlegung, sich ein Apple-Gerät zu holen, die ich auch verstehen kann. Aber da ich halt persönlich so weit von dem Apple-Gedöns weg bin und mich da auch nicht einschränken müsste in irgendeiner Weise, ich bin auch kein Fanboy von irgendeiner Marke oder sonst irgendwas. Ich kaufe das für mich bestpassendste Produkt, egal von welcher Marke das ist. Aber man muss jetzt zum Beispiel auch sagen, unsere Videos sind mit einem iPhone gedreht. Unsere Videos sind mit einem iPhone geschnitten. Naja, das ist, jetzt kommt der Haze wahrscheinlich. Ja, aber es ist schon, also meine Freundin hat ein iPhone, ich könnte das Ding regelmäßig irgendwie aus dem Fenster schmeißen. Ich hasse dieses Ding wie die Pest. Aber du hast mit so einer Überzeugung und so einer Inbrunst der Kollegin diesen Flyer gegeben, wie sie von ihrem Apple-Gerät los wird. Es war einfach nur Zucker. Es war schon echt heavy. Den Flyer, den hast du extra, Kay, erstellt, oder, dafür? Das war, also lustigerweise wurde der Flyer von der Kollegin erstellt, die ihn dann auch bekommen hat. Okay, mega, 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 mega. Lustigerweise, die erste Idee, die wir tatsächlich hatten, also eigentlich muss ich das mal ganz kurz zurückspulen. Bevor wir die Idee mit der IT-Praxis hatten, hatten wir noch ganz grob irgendwie mal die Idee gehabt, ein Video mit einem, der Maxorzist zu drehen. In dem Jan als Exorzist die Probleme von einem Mac löst, der Probleme macht, alles so auf Horrorfilmen gestylt, mit Weihwasser und alles. Die wurde immer noch nicht umgesetzt. Mal schauen, ob wir das irgendwann mal haben. Das kannst du dann machen als Staffelauftakt für Staffel 2, weil Staffel 1 wurde ja beendet mit, ich spoiler jetzt ein bisschen, wer jetzt nicht gespoilert haben möchte, einfach kurz skippen. Der Mac war ja der Retter am Ende. Ja. Und jetzt könntest du ja sagen, jetzt ist der Mac befallen, jetzt muss man ihn mit Weihwasser und mit Hasse nicht gesehen. Ja, also wenn ich, also ich letztendlich, ich habe die Video schon so oft gesehen, ich kann irgendwie nicht mehr drüber lachen tatsächlich und denke mir dann immer auch, weil ich es hundertmal gesehen habe, boah, hätte ich das anders gemacht und das anders gemacht und so weiter. Es gibt eine Sache, auf die ich bis heute stolz bin und das ist auf jeden Fall dieses Finale, weil es einfach so richtig schön bittersüß ist, dass Jan halt am Ende mit dem Macbook die Firma retten muss. Ja, du hast auch richtig irgendwo eine Verzweiflung in den Augen gesehen, ja. Es gibt keinen Herr Müller, es gibt keinen Gulasch und jeder drückt auf den Link und so, scheiße, was ist los? Und so, jeder PC im Netzwerk und du siehst so richtig, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht geht, so, scheiße. Das war der dramaturgische Höhepunkt auf jeden Fall. Ja, das war schon ganz, ganz großes Kino, ey, das war echt nicht schlecht. Ja. Richtig, richtig gut. Da wird zwei Wörter dran anknüpfen. Wie kommt es denn bei euren Chefs an, eigentlich, dass ihr das macht? Also, der eine, glaube ich, der eine Chef hat in einem Video mitgemacht, ne, wo Herr Schmidt mit dem Kuli reinrennt. Ja, anderer Chef hat auch mitgemacht, der Daniel Mund, das ist der tätowierte, stylische, in Part, was war es, sechs? Ne, acht, der auf der Tastatur gefrühstückt hat. Ah, ah! Ja. Also, er ist ein ganz großer Fan, also alle Geschäftsführer stehen dahinter, auf jeden Fall. Muss ja auch passen, was ich sage. Also, am Anfang war natürlich auch bei dem einen oder anderen Geschäftsführer die Frage da, was bringt das? Wie viel Zeit wird da gefressen, sozusagen, von diesen Videos, wo ein bisschen Skepsis schon da war, aber die dann relativ schnell verflogen ist. Und, ähm, ja, deswegen, die freuen sich alle mit, haben auch Spaß dran. Und das ist an sich kein Problem mehr. Na, wenn man mal überlegt, ihr habt Kundenanfragen bekommen. Ihr habt jetzt zehn Folgen gemacht. Ihr habt, ich habe vorhin gerechnet, ihr habt insgesamt knapp zwei Millionen Likes auf die zehn Videos. Ihr habt knapp 19,5 Millionen Aufrufe auf diese Videos. Und ich habe jetzt diesen einen Outtake-Videoschnitt nicht mitgenommen. Das ist eine Hausnummer. Ja, also, es ist schon, ja, also, man kann sagen, es ist irgendwo ein bisschen Glück auf jeden Fall, natürlich, weil wir halt mit dem ersten Video einen Volltreffer gelandet haben. Was wiederum dann kein Glück war, sondern was wir wirklich geschafft haben, kann man einfach so sagen, ist, dass wir das Ding halt reproduzieren konnten. Das ist der Meilenstein, ja. Ja, ja, also, wir haben halt daraus wirklich eine Serie gemacht. Wir haben seit Serie kommuniziert und halt auch wirklich versucht, von Folge für Folge das Konzept frisch zu halten. Aber trotzdem halt die Key-Values sozusagen nicht zu verlieren. Und vor allem, also, was ja jetzt nicht mit drin ist, ist Instagram, wo wir die Videos auch posten, was auch gerade, ich glaube, das sind halt weniger gerade als bei TikTok, aber auch 80K-Follower oder so, gerade um den Dreh. Da kann man auch mal stärker drumherum kommunizieren mit den Storys, mit den Bildern, die wir dazwischen posten. Und da hat dieses ganze Serien-Ding noch mehr Bedeutung, weil wir da zum Beispiel jetzt auch letztens ein Carousel-Posting hochgeladen haben, wo wir jeder Folge ein Poster gegeben haben, zum Beispiel zum Durchswipen oder so. Oder wir machen dann auch regelmäßig Behind-the-Scenes-Stories, wo dann auch gezeigt wird, wie drehen wir das, wann kommt Staffel 2, ein bisschen Q&A und so weiter. Ähm, wir versuchen es halt zu franchisen sozusagen, so dieses Marvel-Ding, was ich eigentlich hasse, so privat, dass man halt aus alles irgendwie Spin-Offs und Prequels und Sequels macht. Aber ich glaube, für TikTok ist es noch relativ frisch, das Format, und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, es wird Staffel 2 geben, wie wir das schon auch kommuniziert haben. Es wird aber eventuell auch Spin-Offs geben, wird auch vielleicht das nächste Video sein. Uh, ich wollte eigentlich schon fragen, wann kommt Staffel 2? Weißt du, gibt's schon irgendwie ein Announcement, wann? Ähm, also gut, wir haben jetzt den 25. April. Wir sind gerade daran, ein Video zu drehen, was kein Dr. Bauer ist, tatsächlich. Also, es wird online sein, höchstwahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, deswegen kann ich es auch einfach sagen. Ähm, wir haben einen Spin-Off mit Herr Schmidt gemacht. Oh! Ja, und das wird sehr mutig, dieses Video, weil das, also einerseits wird es halt andere Wege beschreiten. Also, es ist das erste Video, was jetzt nicht direkt Dr. Bauer als Flaggschiff hat, aber Dr. Bauer kommt dritt vor, aber als Nebenrolle. Ähm, und wir nehmen diesmal halt auch nicht den First-Level-Support, hops, sondern wirklich so ein bisschen unsere eigene Agentur, ähm, äh, unsere Agentur schaffen. Also, grob die Story, dass der Kunde kommt und niemand ist vorbereitet, weil Herr Schmidt die E-Mail nicht rausgeschickt hat, so. Ha! Also, äh, Folge ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das am, äh, Release-Datum hört, diese Podcast-Folge, das ist der 27. Mai, dann ist die Folge auch schon mit Link in den Shownotes. Einfach mal angucken, die Shownotes und da ist dann auch der entsprechende TikTok-Link zum Video dann gegeben. Das auf jeden Fall. Also, sehr, sehr geil. Jan, nochmal an dich eine Frage zu den Videos. Was war denn das Lustigste, was du drehen musstest, wo du zigmal neu machen musstest, weil es einfach zu lustig, weil du jedes Mal gelacht hast, weil jedes Mal irgendwas schief ging? Und, was war die lustigste Szene, die du hattest? Also, zugegebenermaßen, ich muss, glaube ich, mehr dann über mich selbst lachen, weil ich eine bestimmte Line oder so einfach nicht auf die Reihe krieg. Oder Kay als Regisseur dahinter sagt, ja, aber jetzt mach den Satz mal bitte ohne Pause. Und ich mach den Satz wieder mit Pause. Und ich mach ihn nochmal mit Pause. Und die Pause kommt schon wieder. Und dann muss ich tatsächlich irgendwann über mich selbst lachen. Aber während ich die Szene drehe, muss ich wegen der Szene, glaube ich, relativ selten lachen. Ja, da hast du dich doch ziemlich gut im Griff. Die Mädels zum Beispiel unter anderem gar nicht. Aber Jan ist da relativ professionell. Ja, aber wie sollen denn die Mädels, also die eine hat ja wirklich gesagt, mein Rechner ist heiß gelaufen. Und ich mach ihm gerade einen kühlen Wickel und hat noch den Waschlappen in der Hand. Sorry, aber da könnte ich auch beim Drehen, könnte ich nicht, also. Ja, ist schwer manchmal. Ja, also, ich meine, am besten, aber am, genau, genau richtig. Also, am besten sieht man es tatsächlich an dem einen Outtake-Video, das wir released haben. An welchen Stellen da des Öfteren dann doch mal gelacht wurde. Ist allerdings mittlerweile mit Outtake-Videos sogar ein bisschen schwieriger geworden, finde ich, weil wir besser geworden sind im Drehen. Wir haben nicht mehr so viele Outtakes. Auch nicht schlecht. Ja. Obwohl, das wir gestern hatten, nochmal ein paar, glaube ich. Schauen wir mal. Alter, da bin ich schon echt gespannt. Weil wir eben bei dem Thema Instagram und Kommunikation mit Followern etc. waren, würde, glaube ich, jetzt ein bisschen Eigenwerbung auch noch ganz gut hier reinpassen. Wir haben mittlerweile einen Merch-Shop. Ach ja, stimmt. Wir haben einen Merch-Shop? Wir haben einen Merch-Shop. Shop.as-dialogo.de Ne. Doch, mit richtig geilem Merch, wie ich finde. Also, ich würde die T-Shirts, die Hoodies, was auch immer wir dort anbieten. Natürlich ist das eine, vertreiben wir das Ganze nicht selbst. Also, wir haben natürlich da eine Kooperation mit Spreadshirt. Ah, Spreadshirt. Okay. Die dann im Grunde die ganze Logistik hinter sich haben. Und wir liefern im Grunde nur die Designs. Ja gut, das Print-on-Demand. Also, ich habe das Ganze ja über Shirty. Ihr macht Spreadshirt. Das sind ja quasi die beiden Konkurrenzunternehmen, die es so gibt oder die ich so kenne. Was habt ihr denn hier? Das Pupsbärchen-Sonderzeichen. Sorry, ich gucke gerade live rein. Der IT-Wikinger ist natürlich auch sehr geil. IT-Walküre. Oh Gott, das ist ja echt der Hammer. Ey, Pupsbärchen-Sonderzeichen ist mega. Ja, wir versuchen natürlich auch, hier nochmal Shoutout an unsere Grafikabteilung, die natürlich die ganzen Designs entwickelt hat. Und wir haben ja eigentlich in fast jeder Folge irgendwas Ikonisches, was man in irgendeiner Form umsetzen könnte in diese Richtung für einen Aufdruck oder sonst irgendwas. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen noch zusätzlich zu machen. Das ist doch mega. Also das Pupsbärchen-Sonderzeichen als Kissen. Wackel mit der Maus, das Lied, auch nochmal da als Mauspad. Keep calm und schalte deinen PC aus und ein. Es sind halt wirklich so ein paar Sachen, wo man sich denkt, das ist echt, echt geil. Anatomie einer Maus. Maus schwarzt. Was ich vergiss. Wir haben den Shop noch gar nicht auf TikTok beworben. Wir haben den bis jetzt nur auf Instagram mit Storys angeworben. Da ist tatsächlich, also der ist zu unserer Erstaunen, ist er wirklich richtig gut angelaufen. Ist er? Ja, wir dachten, wir machen das so nebenher. Die Leute haben danach gefragt, machen wir. Aber die hauen da rein. Also der IT-Wikinger ist der Bestseller bis jetzt, aber Pupsbärchen-Sonderzeichen kommt auch. Ja, man muss halt auch dazu sagen, was ihr ja macht, ist ja ein echt geiler Kniff, weil auch bei Pupsbärchen-Sonderzeichen, bei Keep Calm und schalte deinen PC aus und ein und so weiter und so weiter. Was ich da gerade alles sehe, ihr habt ja auch Kochschürzen, ist auch geil. Da steht ja nirgendwo AS-Dialog-Group. Das heißt, ihr macht das ja, ich sag mal, non-branded. Und das ist ja das Geile. Ja. Das ist halt wirklich das Geile. Man assoziiert euch dann schon so ein bisschen mit der Marke oder der Träger kann sich damit assoziieren, aber es steht nirgends. Das heißt, du wirst nicht zum Werbegesicht. Und das ist dann halt schon irgendwie sehr, sehr geil. Ich habe jetzt auch angefangen damit. Ihr seid mir da echt schon so ein Stück weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel gemacht, Marketing Automation ohne Content ist Spam. Habe ich was rausgehauen. Und die alte Vertriebsweisheit, ne? Kennst du die Vertriebsweisheit, Kay? Als Marketer? Kommt drauf an, welche? Anhauen, umhauen, abhauen. Die kommt jetzt auch bald bei mir raus als T-Shirt. Aber was ihr da gemacht habt, auch zum Beispiel hier Poster oder Let's Skip the Blah auch noch als T-Shirt da rein. Also richtig, richtig geil. Wir wollen Let's Skip the Blah als Brand aufziehen. Also letztendlich ist unser Ziel, dass wir Let's Skip the Blah mit Anis Dialog Group natürlich assoziiert. Aber die Anis Dialog Group bleibt halt unangetastet, was halt unseren Nonsens betrifft. Das heißt, wir haben halt auf Let's Skip the Blah komplette Narrenfreiheit. Und es wird auch das nächste Video, glaube ich, ziemlich deutlich zeigen, was wir uns da trauen. Aber man merkt es ja auch. Wir haben ja zum Beispiel auf Instagram die Verknüpfung gemacht. Wir haben natürlich da den normalen Anis Dialog Group Account, den es schon lange gibt. Und wir haben den Let's Skip the Blah Account. Und die sind beide untereinander cross-verlinkt sozusagen. Und der Anis Dialog Group Account, der wirklich komplett seriös ist, der profitiert dadurch auch wie so ein Filter, weil halt dann doch auch einige Leute da hängen bleiben, die halt über Let's Skip the Blah reinkommen und dann halt rüber wechseln zu der Anis Dialog Group Seite. Aber das war uns wichtig eben, wie gesagt, dass wir da nie ins direkte Agentur-Branding reingehen, sondern dass wir Let's Skip the Blah aufziehen und man uns dann letztendlich im Endeffekt damit assoziiert und wir letztendlich alles machen können, was jetzt nicht in das Marketingkonzept von der Anis Dialog Group selber zum Beispiel reinpasst. Also der Shop kommt auch nochmal in die Shownotes. Das auf jeden Fall, weil die Sachen muss man sich geben. Ehrlich. Also das Mauspad. Maus. Sonst der Maus. Das ist einfach so geil. Cool. Also das ist richtig geil. Also du hast schon auch schon gesagt, Spin-Off kommt mit dem Herrn Schmidt. Ja. Hoffentlich ist irgendwo der Kugelschreiber dabei. Nee, das nicht, aber vielleicht kriegt er eine eigene Folge. Das ist schon auch sehr lustig gewesen. Staffel 2 kommt vom Dr. Bauer. Also da bin ich echt gespannt. Spin-Off kommt. Shop habt ihr aufgemacht. Wollt quasi die Makel, let's skip the blah, aufziehen. Also echt Chapeau an der Stelle. Ihr habt da glaube ich recht alles richtig gemacht. Dann kommen wir doch mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Erst Kate, dann Jan. Erst vom Statisten zum Hauptdarsteller. Wie viele Dating-Anfragen habt ihr denn bisher bekommen auf die Videos? Die kann ich sogar besser beantworten als Jan, weil ich in die Post... Ja, kann auch. Ich sag einfach mal, ja. Wie viele Dating-Anfragen hast du bekommen? Ja. Ja. Vorhanden. Also kam wirklich, ne? Kam? Ja. So habe ich auch Jan letztens so ein bisschen lustig gezwungen. Jan muss wieder zum Barber gehen, um seinen Bart richtig fresh zu cutten für Staffel 2, weil er kriegt so viele Komplimente für seinen Bart. Das ist einfach ikonisch. Also, okay. Kurz und knackig beantwortet. Es kamen Dating-Anfragen. Ich kriege die ja nicht mit, weil ich bin auf Social Media tatsächlich nicht unterwegs. Ich schütze ihn davor. Er kann damit nämlich nicht so viel anfangen. Aber kannst du wenigstens verlauten lassen, hat er mehr bekommen als du? Äh, als ich? Ich habe keine bekommen. Du hast keine? Nur er? Nee. Also er hat auch mehr bekommen als die weiblichen Darsteller. Tatsächlich. Das ist gut. Das ist die Folge, in der ich am meisten gelacht habe bisher. Geil. Also, was halt echt komisch ist, weil eigentlich mehr Männer unsere Sachen anschauen als Frauen. Also er hat jetzt doch von Männern noch keine Dating-Anfragen bekommen. Aber, ja, er ist ja auch immer dann so Kommentare wie Dr. Bauer, mein Löwe, mein Bär und so. Mein Pupsbärchen-Sonderzeichen. Das ist ein Alterzeichen. Ja. Das ist halt Metal. Ah, geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das soll es dann auch mal gewesen sein. Also, wie gesagt, es kommt alles in die Shownotes, was in die Shownotes gehört. Die ersten zehn Folgen, die ersten zehn Folgen, die Outtake-Folge, dann die Spin-Off-Folge, die ja dann schon draußen ist, wenn der Podcast rauskommt. Der Shop, aber auch die Verlinkung zu AS Dialog Group. Jan, du bist nicht auf Social Media, hast du gesagt, das heißt, du bist doch nicht auf LinkedIn. Nein. Okay, du? Das ist zu Hause auf Let's Give the Blah. Oh, yeah. Du bist auf LinkedIn, ne? Ich bin auf LinkedIn. Dann wird dein Profil verlinkt. Alles wird natürlich dafür getan, dass die Reichweite dann nochmal gepusht wird. Und an der Stelle sei mal gesagt, es ist keine bezahlte Werbung hier von mir. Ich bin auf die beiden herangetreten, weil ich die Videos geil finde, weil ich die Story geil finde, weil ich die beiden Protagonisten geil finde. Also, da wirklich an der Stelle einmal, nein, es ist keine Werbung. Mein Credo ist, gute Dinge gehören beworben. Punkt. Ihr beiden, Jan, Kay, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und mit mir diese richtig geile, lustige Podcast-Folge gestaltet habt. Danke, danke, danke. Ich danke ebenso, es war sehr lustig, hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall, danke, dass wir da sein durften. An meine Hörerinnen und Hörer, wie fandet ihr denn die ersten zehn Teile und wie hat euch das Staffelfinale gefallen? Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, dann einfach mal in meine Show Notes gehen, euch die Videos angucken und dann mal die Frage beantworten. Gerne auf LinkedIn oder auf podcast.de als Kommentar oder schreibt mir eine Mail unter kevin at kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da. oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevinalleinemarketing.de.